ja herzlich willkommen zu einer weiteren freundin hier ist auf meinem kanal und heute wieder hier mit unserem freund da unten und ja ich hab mich jetzt erfüllt wo wir einschließen sollen und wir müssen auf viele teile einschließen das werden wir jetzt auch mal machen ok Und da haben wir auch schon einen Schein für uns gewünscht, auf den, den wir auf der Seite liegen. Okay. Und hier? Äh, ja, nee, ist klar, wir können da sein. Und hier. So, die werden wir uns mal aufheben. Und die werden wir uns mal aufheben. Dann geht es weiter im Takt. Äh, wir müssen jetzt hier, glaube ich, schon haben. Ja. Das ist schon mal eine Munitionskiste. Und wir müssen hier hoch. Nehme ich mal an. Sackgasse, kannst du die Wand bewegen? Okay. Alles klar. Gut. Komm her, da ist sie. Mann, das Biest hat uns überall... Okay, was jetzt, Boss? Leitstelle, hier spricht Delta. Hört ihr mich? Okay. Mist, immer noch nicht. Okay, wir erwischen den Zug nur mit Anjas Hilfe. Wir müssen also die Kommunikation wiederherstellen. Wo ist der Sieder? Jo. Suchen Sie den Seher. Wir müssen die ausfallen. Wollt adopt nombre. Und wahr! Wie auch immer Wo sind wir jetzt hier runter? Wo sind wir hoch? Wo sind wir hoch? Jetzt müssen wir hoch, weil unten kommen wir ja nicht weiter. Ah ja. Und die sind auch schon total geil. Das ist gut. Das ist gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber ist egal, so viele hatten wir ja jetzt vom Kontrollpunkt nicht nachzuholen, sprich wir müssten es ja noch trotzdem hinbekommen. So, hier die Tür eintreten, lass mich mal wieder durch. Danke. 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 die brücke noch immer ohne strom was können wir tun ihr seid in der nähe von timgat central energy da müsstet ihr wieder für strom sorgen können roger wir sind auf dem weg delta out los jetzt ok das ist ein kraftwerk so auch schön es gibt kein kraftwerk es gibt keine kraftwerk da ist es muss es geht es geht nicht 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 es geht Da hinten ist es nicht besser, wenn wir die aufnehmen. Wieso? Wollen wir mal die Hände verstecken? Wieso? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ich hab's ausgerechnet eine Pustel hier. Das ist doch schön, ich kann es auch noch treffen. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt haben wir den Typ beseitigt. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Okay. 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 Und da unten werden wir auch nicht beseitigen. Wenn wir jetzt in den Raum reinnehmen, dann... ja! Weil wir jetzt in den Raum reinnehmen. Markus, ich habe mich geirrt. Die Svenet haben keinen Strom geklaut. Die Jungs hier waren es. Sie leiten ihn unter die Erde. Und zwar komplett. Kriegst du das hin? Ich arbeite dran. Verdammt, fängt der andere Stromkreis. Ich muss einige Panels da oben ausschalten. Wonach suchen wir? Panels, ihr wisst schon. Grüne Lichter, Ventile... Okay, gut. Dann würde ich jetzt sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen Cut. Wir beenden die Folge und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschö!